Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute wie in der, ne stimmt gar nicht, nicht wie in der letzten Folge, aber wie in einer der letzten Folgen mit dem Marco. Hallo. Und der Felix ist heute dabei. Hallo. Und Moment, jetzt muss ich mal kurz tatsächlich doch den Sound ein bisschen leiser machen, sonst hört man den Felix nicht. Der Felix ist ja ein bisschen leiser. Lass mich durch. Sag nochmal was Felix bitte. Jo. Gut, das passt. Ich hoffe das passt, ähm, weil wir haben, keine Ahnung, wir haben, äh, in Anführungszeichen, ja, warte mal kurz auf mich, äh, warte mal kurz auf mich, wir müssen ein Bildchen zusammen machen. Marco lass es. Wir brauchen, wir brauchen, nein, Stab, Schaap. Wir brauchen noch ein Gruppenbild. Okay. Ähm, wir, wir machen das gerade über den In-Game-Boys-Shit. Der ist gar nicht schlecht, ich hab gedacht, das wäre totale Grütze, aber der ist richtig gut. Ja, wir haben keine Ahnung, ob uns das andere Leute jetzt auch noch hören, also wir sind ja auch gerade geteilt, genervt, weil ihr drei Deutsche irgendwelchen Scheiß labern, wir sind nicht verstehen, aber. Stopp, stopp, Felix, warte mal kurz, warte mal kurz. Und, Bildchen. Perfekt. Ja, aber die hören uns doch nicht, hoffentlich. Ja, keine Ahnung. Hört bunt jemand. Hier die, zwei Stucks. Ja, ich würde eigentlich mal passen hier fahren, aber ich hab nicht aufgepasst. Ich könnte euch schleppen. Alter, rechts, 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 alter, fuck. T34. Oh, Mann. Der schießt hinterm Berg. Ja, ich seh ihn. Wahrscheinlich darf ich, oh doch, ich darf noch mal rein. Geil, mit dem Sonderkraftfahrzeug. Steht da oben drauf. Also, ich vermute mal, daher, dass keiner antwortet und daher, dass sich noch keiner beschwert hat. Vermute ich jetzt mal nicht, dass die uns hören. Ähm, schießt jemand auf den gerade zufällig? Jo, haben sie stört. Sauber. Aber da waren noch welche. Jo, da schießt auch einer. Wir haben ein Gebiet eingenommen, super. Ich versuch die mal zu umfahren, aber ich hab halt leider keine gute Ausrüstung mehr. Wobei, nee, das ist... Ja, das war jetzt grad echt blöd. Ja. Naja, wurscht. Wobei, nee, ich... Oh, von da vorne, da vorne steht einer. Ja. Treffer, Feuer. Ich komme... Jo, down. Falls hier irgendwie mal ein Flugzeug am Himmel seht, schreit. Ja, da kommt grad eins. Von wo? Ist ein Attacker, äh, von dort ungefähr. Ungefähr. Muss mal hingucken in die Luft. Wird grad von der Key verfolgt. Lebt der da vorne noch? Oder ist der tot? Nee, ich glaub. Wo ist da ein Fluchzeug? Oh. Nee, der ist tot. Müssen wir B einnehmen. Durch da. Ähm, Moment. Bei B direkt auf... Ist das ein Push? Ja, ist ein Push. Na gut, vergiss es. Kommst du mit? Dann kriegst du vielleicht nochmal Respawn Points, wenn wir jetzt cappen. Ich komme... Wahrscheinlich habe ich jetzt das großartige Glück, während ich zu euch stoße, irgendwie erschossen zu werden. Ja, so, grad hin war noch alles gut. Ist hier der Cap? Ah, hier ist er ja schon. Ja, ja. Aber von dem Fluch. Sieht clean aus. Ähm... Ich schätze mal, dass hinter dem Stein einer steht. Weil von links... Guck mal. ...wird geschossen. Und ich glaub... Oh, wollen wir das? Das Flugzeug. Ich versuche... Marco geht von links, ich gehe von rechts. Ja, okay. Ah, ich bin so schlicht im Flagg schießen, ey. Äh. Richtig schlicht. Naja, hier ist ein Panzer 4. Ja, ich bin jetzt der Einzige. Ja, hier ist der Einzige. Nee, hier ist keiner. Kann mal jemand das Flugzeug anlocken? Achtung, die... Das Flugzeug greift an. An. Ich bin so schlecht, ey. Ja, Ticko. Noch irgendwo einer? Oh nein, KV. Nee. Ist bei euch was los? Ja, ein Archer. Ja, Marco hat was gesehen. Ich seh'n nicht mehr. Jetzt seh' ich ihn wieder. Naja, KV, der ist zu stark gepanzert. Na, wer ist tot? Oh, Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Flugzeug. Und vorbeigeschossen, geil. Ist tot? Ja, ist tot. Also, ich... Okay, also... So nah, wie unsere Leute bei denen hier in Spawns stehen. Ja, aber hätte ich ja auch nur wohl gewonnen. Vermutlich. Oh, schön. Schon zu Gründe. Easy. Okay, das war krass. Ja. Schade, ein bisschen drüber. Ich krieg dich, Marco. Ohne, ich knall einfach Thorsten an. Na. Thorsten. Bei mir geht das auch noch. Ha, vorbei. Bist du zu tief? Nee, vor allem sehr lustig. Quasi zwischen der Führerkabine und dem Geschütz durchgeschossen. Da ist halt echt nur 40 Zentimeter Platz. Ist die Runde mal zu Ende? Ja, jetzt soll's. Jetzt hat's ein Flugzeug wohl gekillt. Boah. Nicht von mir, leider. Dass die keine Stabilisatoren haben. Das dauert noch ein paar Jahre. Keine Ahnung, der Leo hatte der erste schon... Hatte der das schon? Der hat eins. Ich glaub nicht. Ich schieb dich weg. Ich schieb dich weg. Ich schieb dich. Du wiegst ja auch wahrscheinlich doppelt so viel. Ja, ich schieb euch beide weg. Ah, hier guck auf der andere. Er ist mir mal gespannt, ey. Gruppenkuscheln. Gruppenkuscheln. Nicht mal 2000, ey. Das hat sich mal gar nicht rentiert. Endlich mal Panzerkammer. Ja, ich schieb dich weg. Ja, ich schieb dich weg. So. Da warten wir noch drauf. Ich weiß nicht. Hier bist denn du? Milchen. Achso, da hinten. Alter. Das ist ein Haufen. Hat einer von euch die Flak? Nee, ne? Welche Flak? Da fährt eine 8,18 Meter Flak. Ja, die 8,8 da. Achso, doch. Hast du? Die habe ich. Die ist so cool. Was ist denn das für... I love it. Ich muss nicht mal gucken. Vielleicht hole ich mir die auch mal. Und das ist halt nicht nur so ein Milchwagen wie bei den Russen. Ja. Ähm. Warum fährt dann KV-1B neben dir? Keine Ahnung. Wir sind... Alter, sind wir abgetiert worden dann? Der ist 5,0. Habe ich aus Versehen irgendwas? Nee, der ist nicht 5,0. Der ist 4,0, glaube ich. Also wenn es der Premium ist... Ist es der Premium? Ja, das ist der Premium. Ja, dann ist der 5,0. Das ist der Premium, der KV-1B. Ja, den habe ich ja auch. Der ist 5,0. Der hat ja die extra Panzerung. Ja. Der ist witzig. Und die Kanone ist ziemlich geil. So, machen wir jetzt einen Damage-Train. Hä? Wo ist Felix? Ach, da drüben. Ich wollte nicht so offensichtlich stehen. Äh, rechts. Au, au, au. Wieder. Ich habe keine Ahnung, wo das gerade herkam. Oh, von rechts. Von rechts. Ich ziehe mich mal ein Stück zurück. Also auf Marco wurde gerade von rechts gesch... Ja, da hinten. Jo, gesehen. Oh, warte mal. Aber noch. Ab ihn einmal. Treffer, Getriebe ist tot. Ich werde jetzt gleich vorbeifahren und Marco versuchen rauszuschleppen. Nee, lass es, ich fange schon wieder. Ich habe keinen Böscher mehr. Na gut. Ähm, wenn du es nix mal geschossen hast... Oder so. Na gut. Sag mal, wenn du schießt... Dann fahre ich kurz vor. Au, links von uns auch noch. Alter! Warte, wo ging der durch? Oh, jetzt wird es aber hässlich gerade. Oh, direkt durch alle drei Besatzen. Oh, ho, ho. Woher war das der, den auf den ihr geschossen habt? Von vorne. Ja, irgendwie. Ähm. Da war einer. Da ist er. Ui, 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 ui. Da ist er. Sieh den. Wir sind alle tot, bis hierhin nicht. Achtung. Oh, oh, Bombe. Äh, ja. Okay. Was soll ich machen? Wäre ich eh nicht mehr weggekommen. Nicht schlecht, Kollege. Nicht schlecht. Dafür räche ich mich, du Sau. Ich switch mal zu Marco. Ist'n der da? Den hole ich vom Himmel, den Penner. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Alter, das kann nicht sein, ey. Der stand in der Luft und ich hab ihn nicht getroffen. Na gut, jetzt ist er eh abgeschmiert, aber... Ich bin so schlecht in dem... Er fährt an mir vorbei, oh. Ach, du darfst gar nicht mehr rein. Ja, aber Flugabwehr ist auch super schwierig in Realistic Battles. Nee, gar nicht. Äh, das Problem ist, mit dem, äh, Sonderkraftfahrzeug krieg ich das nicht geschissen. Mit dem Gepard kein Problem. Aber ich komm nicht mit der Fluggeschwindigkeit von den Projektilen von dem, äh, Sonderkraftfahrzeug 6.2 zurecht. Die sind zu langsam, quasi. Kotz mich tierisch an. Ich bin jetzt bei dir wieder, ähm... Machen wir. Ja, mal haben. Okay, jetzt hier wird eingenommen. Also auf C, oder was? Ich bin so froh, dass ich meinen neuen PC endlich hab, ey. Ja, das haben wir ja alles deshalb. Hast du ja ein komplett PC gekauft? Oder hatte ich nur einen Laptop. Autsch. Und auf dem muss ich auch durchkacken. Okay, gut. Und auf dem muss ich War Thunder auf niedrigster Qualität spielen, also auf minimal. Das macht natürlich bestimmt super viel Spaß. So, du Penner. Du hast mich schon wieder beschossen. Jetzt hab ich mir einen PC gegönnt für 800 Euro. Hab dafür, glaub ich, ungefähr ein Jahr oder so gespart. Und hab dann noch ein paar Ersparnisse, sag ich mal, aufgeopfert von meinem Geburtstag. Oh. Oh, das ist von rechts. Ja, ich denk, das ist wieder mal der Serial-Witze von vorhin, oder was? Naja, jetzt hast du einen neuen PC. Das ist doch gut. Bei mir wird's nächstes Jahr wahrscheinlich auch mal ein neuer Prozessor. Ja, zumindest. Okay. Ja, es ist dasselbe Achillis von hinten. Ja, Mann. Du musst Hosen. Rotter Camper-Pussy. Ja, ich muss mal kurz den Ton einstellen. Ist ja viel zu laut. Ja, nix. Alter, ich treff den nicht. Bei mir musst du sowas von weit vor zielen. Achtung, pass auf von hinten. Du Schlingel. Jetzt hab ich aber die Faxen dicke, ey. Achtung, jetzt kommt da gleich so Schuss durch die Frontplatte. Alle Leute. Das kann ich auch, Kollege. Scheiße. Scheiße. Mein Schütze ist eingeschlafen. Der steht. Mach auf. Äh, wo standen wir? Marco, geh brauchen den Wecker. Ja. Alter. Geht doch. Dankeschön. Ich glaube, dass mein Bruder schläft. Den Flur haben wir überhaupt. Na, halb elf. Ja, fand so spät. Oh Gott. Ja, ich hab zwei Stunden im Möbelhaus heute verbracht, weil da wirklich echt die Hölle los war. Nur, um einen Verkäufer zu finden. Deswegen muss ich einen Stuhl gefunden. Ja, ohne Witz. Also Stuhl hab ich sehr schnell gefunden, aber dann der Rest. Und dann läufst du ja da durch und dann siehst du noch hier und da was und bla. Zum Beispiel, meine Freundin und ich sind ja das erste Mal dieses Jahr quasi in unserer Wohnung für Weihnachten und wir brauchen halt auch noch einen Christbaum und Christbaumschmuck. Das muss natürlich auch gekauft werden. Ja. Kauf dir am besten einen Künstlichen. Wir haben auch einen Künstlichen. Ich hab auch schon dran gedacht, aber ich bin zu traditionell, was das, glaube ich, angeht. Ich glaube, da muss eine schöne deutsche Nordmantanne ins Wohnzimmer. Deutsche Nordmantanne. Aber ich weiß jetzt schon, dass es so super teuer sein wird. Das ist der Dreck. Ach, scheiße, jetzt ist der Schlaf. Ja, mein Gott. Aber gut, einmal im Jahr kann man das machen. Das wird nicht gut ausgehen. Muss ja auch kein großer sein. Wir haben uns auch von der riesigen Zahne verabschiedet und nur so eine ganz kleine, die man auf den Tisch stellen kann. Ja, keine Ahnung. Ich muss tatsächlich mal gucken. Vor allem wissen wir noch gar nicht, wie wir den hinstellen. Weil wir haben halt eine Dachwohnung und da ist halt überall Dachschräge. Das ist dann auch ein bisschen schwierig, tatsächlich ein Plätzchen zu finden, wo man den ordentlich hinstellen kann. Oh, scheiße, Artilleriefeuer, das ist mit dem Ding gar nicht gut. Dann greift man so eine Artilleriegranate von oben, direkt ins Fahrzeug. Ja, wird auch passieren, vermute ich mal. Wobei, braucht man nicht. Geht auch so. Darf ich nochmal rein? Ah, tatsächlich, sehr schön. Ach, mit einer Stuck darf ich sogar nochmal rein. Oder mit einer Stuh. Stuck oder Stuh? Stuck? Äh, Stuh. Stuh hat größere Kanone. Weiß was geschätzt. Ja. 10,5 cm. Fast mausgleich. Ja, das Ding ist schon geil. Oh, das wird witzig. An dem bin ich auch gerade wann in der Forschung. Kann ich nur empfehlen. Ich kann den Stura Ebi empfehlen. 12 cm und die Depression, da kannst du über den Hügel hin. Wie sonst was. Achtung, ein Flugzeug fliegt dich an von rechts. Oder fliegt es weg? Nein. Nee, es fliegt weg. Na gut. Ja, ich habe gerade ein Ziel. Hier durch diese... Ah, von hinten, von hinten. Okay, tot. Bin ich irgendwie der Letzte oder sowas? Ja, aber auch genug Panzerung. Ja, ich bin leider im Hop-Menü, weil ich Ton anstellen musste. Okay, die Flugzeuge haben es irgendwie voll auf mich abgesehen. Finde ich nicht so gut. Really? Echt jetzt? Und gleich kommt der Nächste. Die sind aber nicht schlecht, die Piloten, ey. Alter Falter. Die haben mich bisher alle getroffen. Ausnahmslos. Oh, nein, nee. Das hat nicht. Das Problem ist, ich hatte die ganze Zeit so einen schönen Schuss. So ein schönes Schussfeld auf den einen Gegner. Wach, 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 wach. Boah, Alter, jetzt schmeißen sie aber mit den großen Dingern. Ja, wenn du der Letzte bist, der wolle dich getötet haben, oder nicht? Ich bin nicht der Letzte. Ich dachte nur, ich wäre es. Es gibt noch zwei. Dann bist du vielleicht die offensichtliche Nächste. Ja, wenn die sich verstecken und nur die nur dich sehen, dann bist du halt der, der jetzt N halten muss. Aber die fliegen echt nicht schlecht. Ja, die sind ziemlich gut, die Jungs. Oh, oh. Scheiße, Ziel unbeschädigt. Mit einer 10,5 Millimeter Kanone. Ja, das Ding lädt bis in alle Ewigkeiten nach. Das ist echt nicht geil. Ja, das ist halt der Nachteil. Das hast du erwartet. Der Stuck lädt schneller nach. Ja. Ich hätte sie auch übergenommen. 10,5 Zentimeter. Ach. Erst Fragen und dann eine. Hätte ich doch lieber seine Meinung. Es heißt halt, Stuh wegen einem guten Grund. Es ist ein Stuhmhaubitze und kein Stuhmhaubitze. Ja, ich weiß. Ja, wenn du etwas ausfällst, musst du auch wissen, was du ausfällst. Aber ich meckere doch so gerne. Ja, das merke ich. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der ist down. Wie nett. Oh, und der auch? Alter, wer räumt denn hier gerade so auf? Die hätten mich eigentlich fertig gemacht, dachte ich. Alter Junge, du gehst mir jetzt so auf den Senkel. Vor allem, die kommen halt nicht die Panzer durch. Es bringt nichts. Es nervt einfach höllisch. Na, die spotten dich halt nur damit, die anderen nicht wegnatzen können, wenn du nicht aufpasst. Kommt es nur mir so vor. Das ist das ganze Gegner-Team irgendwie in der Luft. Ja, es macht echt so einen Anschein. Bin ich der Letzte? Nein, immer noch nicht. Nein. Es gibt noch drei andere. Okay, gerade habe ich von irgendwoher eine Granate abbekommen. Aber von wo? Versuch mal rüber zu B zu fahren. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mit dem Panzer IV davor stoßen. Zusammen. Ach, sieh mal eine an. Da ist er. Guck, guck. Aber ja, es ist ja gerade auch nochmal ein neues See-Event. Die Nordsee. Ja? Wusste ich nicht. Ja. Und jetzt weißt du es. Komm raus. Komm raus, du Schlingel. Kommt noch einer. Noch eine Flak. Das wird witzig. Von rechts. Rechts, 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 rechts. Alter. Ich habe gesagt rechts. Okay. Habe ich unterschätzt. Habe ich nicht genau gesehen. Ich dachte, der wäre noch ein Stück weiter weg. Naja. Aber ich müsste nochmal rein dürfen. Darf ich auch? So. Und ich habe die volle Auswahl. Gut. Dann nehme ich jetzt die Stuck. Ja. Mal andere Munition mitnehmen. Was ist denn das hier? Panzerbrechend und schadend. So. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Super. Welche sind die bessere Munition? Die erste oder die dritte? Die erste hat mehr Penn. Oder? Sehe ich das jetzt falsch? Die Stuck meint sie jetzt. Ja. 35, 80. Ja, die erste ganz normal die 39 ist halt die beste, weil sie halt auch jetzt die bloße Fülle hat. Hm. Kommt drauf an, was du abschießen willst. Ja, natürlich. Also Panzergranate 40, 50 Stück sind immer... ...aphebe vorzugen. Oder die Panzergranate 40. Voll lustig. Das Blatt hat sich gerade irgendwie ziemlich gewendet. Ich habe gedacht, wir würden ganz schön auf den Sack kriegen, aber... Naja, also wir hatten eigentlich die Punkte ja alle erobert. Wo hängen die denn rum? Keiner da. Da wird gefightet. Ich glaube, nächste Runde spielen wir noch ein bisschen Panzer und dann gehen wir so schnell wie möglich in die Luft. Ich muss gucken tatsächlich. Dann fliegen wir mit den Panzern. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch eine Runde spielen werde. Ich habe noch ein Straffesprogramm für nächste Woche vorzubereiten. Hm. Das ist halt immer der Nachteil, wenn ich weg bin. Muss ja alles vorher passieren. Okay. Wo ist hier mal ein Gegner? Da muss ja einer gerade irgendwo sichtbar rumstehen. Ich sehe nicht. Scheiße. Bei A muss einer sein, aber ich finde ihn nicht. Da ist er. Da hinten drin. Glaub ich. Hm. Das ist auf jeden Fall Rauch. Schnapp dir die Wollte. Oh, da hinten fährt einer. Scheiße, wo ist der Typ? Nimm mal den so lange. Ah, scheiße. Jetzt ist er da. Wand vorbei. Kacke. Ist hier halt die ganze Zeit nur, wo die Leute irgendwie die Wände plattfahren oder sowas. Der kommt doch wie gut. Nein, vorbei. Vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Kacke. Boah, alle. Das hättest du auch nicht geschafft, das waren drei Panzer. Okay. Naja, beruhigt nicht, aber... Oh, ich darf nochmal mit einem Sonderkraftfahrzeug rein. Yeah. Ja gut, wenn ich noch einen Kill mache. Ich habe das hier gewonnen. Nein. Ah, falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Dahin, dahin. Mist. Ah, okay. Einer ist wieder eingeschlossen. Die sind so doof. So, warten wir mal auf den. Wo ist das Flugzeug? Ich habe es verloren. Ich habe es auch verloren. Da ist er. Nicht im Ernst. Wollt mich doch gerade um das Flugzeug kümmern. Ja, das ist auch verloren. Scheiße. Kacke. Kacke. Ein Flugzeug hätt gelangt. Ach, na gut. Mal gucken, wie viele Punkte das gab. No. Nicht wirklich viel. 1700 Forschungspunkte. Kacke. Kacke. Dann nehme ich mal die hier. Gut. Ne, dann war es das für heute, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.